Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Jeder hat eine Vorgeschichte und bestimmte Eigenschaften. Eloisa ist sehr aufgeschlossen, Rocco introvertiert. Die Leute, die sie kennenlernt, helfen ihr, mit dem ganzen Stress klarzukommen. Ciao! Was macht ihr denn hier? Wir wollen dir helfen. Ihre Freundschaft mit Caio ist etwas Besonderes, was manchmal für Verwirrung sorgt. Die Geschichte ist ganz neu. Wieso bin ich von eigenartigen Tieren umzingelt? Weil das die einzige Fähre zur Insel ist. Sie ist spannend, dramatisch und lustig. Ludmila! Was machst du denn hier? Es ist einfach sehr wertvoll, neue und gute Freundschaften zu schließen.